Werte ist Struktur und ist aber vor allem Kultur. Also für mich bedeutet das viel, wenn wir an einem Strang ziehen gemeinsam und in eine Richtung gehen möchten, müssen wir auch gemeinsam für das Gleiche einstehen. Werte müssen einfach da sein, damit einfach das Miteinander auch wirklich stimmig ist und dass auch die Ware und die Qualität auch so abgeliefert werden kann. Für mich ist ganz, ganz wichtig die offene Kommunikation. Wir müssen vielleicht an verschiedenen Produkten was ändern, aber die Werte bleiben. Nämlich insbesondere auch die Bereitschaft zur Veränderung zum Besseren hin. Das ist das zentrale Thema, glaube ich, was uns auch als Unternehmen begleiten wird. Werte bilden für mich die Basis des Zusammenarbeitens. Und von daher sage ich, wir gehen von einem guten Niveau auf ein noch besseres. Und das ist jetzt die Aufgabe. Und wir gehen von einem guten Niveau. Einen schönen Tag. Beij. Nachts. Vielen Dank.